Ich bin Hochzeitsmoderatorin und gleich berate ich euch drei Geheimnisse einer perfekten Hochzeit. In der Planungszeit berate ich meine Brautpaare so detailreich, dass einige sagen, sie hätten keinen Hochzeitsplaner gebraucht. Ja, ich bin ziemlich genau und durch meine Erfahrung auch sehr vorausschauend. Bereite den Blumenstrauß vor. Bei mir seid ihr in guten Händen, denn Flexibilität und die Fähigkeit sich den Umständen anzupassen ist mein Talent. An dem wichtigsten Tag eures Lebens könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und mir die Backstage anvertrauen. Und weil ich alles unter Kontrolle halte, ist die Stimmung auf meinen Hochzeiten herzlich und ausgelassen. Übrigens, als professionelle Sängerin begleite ich eure Feier gerne mit live gesungenen Hits. Natürlich nur, wenn ihr es wünscht. Und so kommen wir zur nächsten und wichtigsten Regel. Es gibt keine Regel, denn das Wichtigste ist euer Traum von der Hochzeit. Wollt ihr emotionale Romantik, eine freie Traum und fahren, bis die Hüte brennt? Ich helfe euch bei jedem Wunsch. Haben sich alle aufgestellt? Mit Liebe zum Detail, Flexibilität und einer tollen Stimmung. Gemeinsam gestalten wir eure Hochzeit zu einer einzigartigen Liebesgeschichte. Lasst uns doch loslegen! Und jetzt! Schreibt mir gleich! Ihr seid dran!